Hallo und herzlich willkommen zurück bei Let's Play Fable Anniversary. Wir sind hier auf der Jagd nach dem Archäologen, da er gerade von Lakaien angegriffen wird. Und wir wollen mal sehen, was auf uns zukommen wird. Ich folge euch nach. Ich folge euch nach. Die Barriere ist gefallen. Geht rasch durch und rette den Archäologen. Sag nur, habe ich ja gar nicht mitbekommen. So. Das machen wir jetzt aber noch nicht, weil hier haben wir einen Kreis und wir wissen ja, was wir in Kreisen finden. Und der 20. Silberschlüssel. Eine weitere Truhe. Der Schatztipp Nummer 6. Und daneben ging es, wie man sieht, ja noch eine Treppe hoch. Habe nun mal gerade da das eingesackt. Nicht, dass ich das nachher vergesse. Und eine weitere Truhe. Eine unnütze Wiederbelebungsfiole. Steht hier irgendwo was? Ne. Hier muss ich später eh nochmal hin. Ah nein, er ist da. Aber ich habe mich gerade übel erschreckt. Wo er einfach so aus den Ecken gekommen ist. Ich folge euch nach. Ich folge euch nach. Eine Puppe meiner selbst. Was will ich damit? Du hättest mir eigentlich einen Schatztipp droppen sollen. Aber das ist halt einer der Attentäter, die Zwillingsklinge, nachdem wir ein Leben gelassen haben, auf uns setzt. Und natürlich ein Fels-Troll, weil... Warum halt nicht? Ich habe jetzt im Gegensatz zum letzten Mal ja schon gut was in... Bogen gesteckt. Und trotzdem mache ich dem kaum Schaden. Bis der Troll hier weg ist, sind die Wächter beide tot. Nicht schnell genug weggekommen. Ich jetzt auch nicht. Ich... Prozent aber mein anderer Wächter ist auch fast tot Prozent Prozent mit dem Multischlag muss ich echt komplett aufrüsten Geh mir aus dem Weg ich gebe euch Rücken ich könnte hier Hilfe brauchen mal sehen ich kann ihm aber nichts geben gut ich habe den einen Zauber ja nicht ja ja sehr ruhig interessiert keinen und dann geht es jetzt hier hoch und das sollte eigentlich der Weg zum Archäologen sein sei ruhig interessiert keinen jetzt muss ich hoffen dass ich schnell genug dort bin das sind fünf Minuten das sollte aber eigentlich machbar sein in der Zeit hoffe ich ja 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 der ist erledigt und wie man auf der Karte sieht ich bin noch nicht sonderlich weit gekommen so dann mal ganz schnell bitte komm steh auf komm steh auf das dass immer wenn die hinfallen man denen gar nichts machen kann finde ich ein bisschen unfair wieder so Musmaragd, ein Fisch. Spam ich den einen zauber jetzt grad, aber egal. Wie viel sind denn das? Sieht so aus, als dass ich den Zauber echt aufleveln muss. Anders hab ich echt bald ein Problem. Ich kann ihn nicht mehr so aus. Ich kann ihn nicht mehr so aus. Ich kann ihn nicht mehr so aus. Damit ist das dann gemacht und es war ziemlich knapp eine Silberverstärkung Eine neue Questkarte bekommen Sucht in der Gilde nach weiteren Quests So und hier Ich muss jetzt ja eh in die Gilde mal meine ganze Erfahrung eintauschen und ich glaube ich setze den Zauber ganz auf hoch jetzt Also ab rein da Mal sehen Sollte hier glaube ich sein Ne Das ist hier bei Einen ersten Hier mehrfach Schlag muss ich eben übersehen haben Und Somit ist das Teil auf Maximum Hier kann ich jetzt leider gar nichts mehr nehmen Außer hier etwas Tempo So was haben wir denn offen Vorkommnis im Darkwood Galgenbaum So Weil dem Räuber helfen werden wir ganz sicherlich nicht Ja Hab ich vor Bei so einem Helden Bei so einem Helden hat man das Gefühl dass man mit ihm Also Wo können wir überall hin Also Ich will jetzt zuerst die Sache mit Donner regeln Dafür muss ich nach Bowerstone und eigentlich genau den Pfad gehen den wir gerade auch entlang sind und ihn dafür halt herausfordern Finds halt irgendwie schade Dass man sich hier keine Quests einfach markieren kann Die man dann angezeigt bekommt Sondern nur Hauptquest ist halt Golden Rest ist Silber Aber nun ja Laufen wir eben hier hinten lang Und dann mache ich die ganzen Nebenquests mal Die wir uns jetzt gewählt haben Geißt euch die Wolle von den Augen Seid kein Schade Geißt euch die Wolle von den Augen Hey 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 So, da ich die Quest gewählt habe, müssen wir das jetzt zuerst noch machen. Also kann ich dann später gleich schon wieder hierher. Aber egal, mal die Zelle geräumt. Geben wir den mal. Ja, du beeilst dich besser. So, die Sache ist halt, hätte ich minimal länger gebraucht, wäre er entkommen und ich hätte die Quest von vorne starten können. Und dann sind die jetzt weiter. Da oben sieht man jetzt schon einen roten Punkt, also wo wir auf jeden Fall Stress erwarten können. Natürlich Quest fehlgeschlagen. Wie viele sind denn das? Na gut, auf geht's. So, muss ich halt sehen, dass ich immer so hinter dem stehe. Da hinten, der kommt jetzt natürlich angerannt. Oder rennt weg. Ach, halt's Maul. Kaum zu glauben, wo er doch gleich geköpft wird. Der kommt nicht total frei. Aber es sind auch ein paar in der alten Windmütze. Das verdammte Ding gehört abzureißen. Ich mag die Weltmütze. Hat keinem je was getan. Passiert vielleicht gleich, wenn da Räuber rausstürmen. So, das ist dann erledigt. Und gleich kommt wahrscheinlich noch ein Punkt. Na gut, auf geht's. So. Dies sind dann weiter. Und ab zum letzten Abschnitt von der Quest. Und ich seh, die Zeit ist auch rum. Also bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt. Let's play Fable Anniversary. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich über einen Comptown und einen Like freuen. Dann row responsieren wir mal mit dem Rollstube. Dann geben wir mal mit dem Rollstube.